Hallo, meine lieben Kinder. Üben wir jetzt die Tiernamen. Schauen wir mal zuerst die Wörter mit der. Jetzt kommt der Gruppe. Was ist das? Das ist der Affe. Was ist das? Das ist der Tiger. Was ist das? Das ist der Löwe. Was ist das? Das ist der Papagei. Was ist das? Das ist der Elefant. Was ist das? Das ist der Bär. Das ist der Braunbär. Das ist der Eisbär. Das ist der Koala oder der Koalabär. Das ist der Teddybär. Was ist das? Das ist der Wolf. Was ist das? Das ist der Pinguin. Was ist das? Was ist das? Das ist der Wal. Das ist der Walfisch. Was ist das? Das ist der Marienkäfer. Das ist der Marienkäfer. Dankeschön. Jetzt kommt die nächste Gruppe. Die Wörter mit die. Was ist das? Was ist das? Das ist der Giraffe. Was ist das? Das ist die Schildkröte. Was ist die Schildkröte. Was ist die Schildkröte. Was ist die Schildkröte. Das ist die Schlange. Dankeschön. Und jetzt kommen die Wörter mit das. Was ist das? Das ist das Nilpferd. Was ist das? Das ist das Krokodil. Was ist das? Das ist das Kamel. Was ist das? Das ist das Zebra. Was ist das? Das ist das Nashorn. Dankeschön. Das war's für heute. Tschüss. Das ist das Schildkröte. Das ist das Schildkröte. Vielen Dank.